Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92.5. Ich heiße Marius Schäfer, wer hätte das gedacht? Und es geht in dieser Sendung um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute geht es weiter mit den Enttäuschungen. Denn mein Vorhaben ist, einmal das ganze Buch dir näher gebracht zu haben, völlig kostenfrei. Ich hoffe nicht umsonst, aber völlig kostenfrei hier auf Radio Rheinwelle. Und bis jetzt habe ich die Hälfte und ich habe noch so viel vor. Und dieses Stocken passiert immer dann, wenn ich drei Sachen auf einmal sagen und erzählen möchte. Und ich habe einiges zu erzählen, doch der Fokus liegt heute auf den Sachen, die in dem Buch sind. Wir haben Jahresende. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ja, nochmal, ich weiß im Endeffekt gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen mache ich es mir jetzt ganz einfach und spiele ein bisschen Musik. Denn davon habe ich auch ganz viel im Gepäck. Ich spiele ein bisschen Musik und in der Zeit sortiere ich mich nochmal. Wünsche dir zwei unterhaltsame Stunden mit mir und mit dir. Und freue mich auf gleich. Mool Mantra von Snatham Kau. Und die Entscheidung ist gefallen. Die Würfel sind gefallen. Ich steige direkt ein in das nächste Kapitel. Und das Zitat vorneweg heißt Scheitern ist ein Umweg, keine Sackgasse. Zick Ziegler hat das gesagt. Und der gute Mann hat so recht. Glücklich gescheitert. Wie oft glaubst du, etwas nicht zu können oder etwas nicht zu schaffen? Stell dir mal vor, du könntest den Gedanken, ich schaffe das nicht, nicht denken. Stell dir mal vor, du würdest nicht in Sackgassen, sondern in Einbahnstraßen denken. Stell dir ein kleines Baby vor, das auf dem Boden krabbelt. Es sieht die großen erwachsenen Menschen, die auf zwei Beinen herumlaufen. Irgendwann will es das auch können, angespornt von dem, was ihm vorgelebt wird. Also stemmt es sich irgendwie auf zwei Beinchen, schwankt und macht mutig einen Schritt und fällt hin. Dann stemmt es sich wieder auf und probiert es erneut. Und noch einmal und noch einmal aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen und mit jedem Mal wird es sicherer und stabiler. Es lernt laufen. Was glaubst du, wie viele Menschen heute in der Lage wären zu laufen, wenn sie als Baby sitzen geblieben wären und sich gesagt hätten, oh Mann, das schaffe ich nie, das werde ich nie lernen, ich bin viel zu blöd dafür. Außerdem, ach, meine Beine sind ja viel zu kurz. Und so weiter und so fort. Vielleicht kennst du solche Gedanken, wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt. Doch genau dieses Ich-kann-das-nicht-verhalten ist oft, was wir täglich praktizieren. Wir fallen hin und dann schmeißen wir sehr oft auch alles hin. So funktioniert das Lernen und das Leben allerdings nicht. Es ist unglaublich. Was ist aus dem Baby in uns geworden, das einfach wieder aufgestanden ist und es so lange probiert hat, bis es geklappt hat? Das Hinfallen hat vielleicht wehgetan. Na und? Aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Wie sieht das heute aus? Darf man heute scheitern? Eher nicht. Das würde ja ein schlechtes Bild auf mich werfen. Die Leute würden womöglich mit dem Finger auf mich zeigen und hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. So ungefähr sehen die unbewussten Gedankengänge in uns oft aus. Die Angst zu scheitern ist heutzutage enorm groß. Und warum? Weil wir es nicht gelernt haben. Wir haben nicht gelernt, wie man erfolgreich scheitert. Und somit ist das Scheitern meistens mit Scham oder auch Trauer und Wut verbunden. Und wer schämt sich schon gerne? Wer liebt seine Trauer und seine Wut? Und dabei sind diese Emotionen nur die Folge des unbewussten Scheiterns. Wir können jetzt anfangen, einen besseren, wenn nicht sogar freudigen Umgang mit dem Scheitern in unserem Leben zu rufen. Stell dir folgende Frage. Wann ist der Punkt erreicht, an dem du gescheitert bist? Das heißt, wer bestimmt, dass du gescheitert bist und es keine weiteren Möglichkeiten mehr gibt? Was hält dich davon ab, es noch einmal oder auf eine andere Art und Weise zu probieren? Der Weg zum Erfolg führt immer über das Scheitern. Glaubst du nicht? Überlege, wen du persönlich für erfolgreich hältst. Und dann ruf diese Person an oder schreibe eine E-Mail oder treffe dich einfach mal mit ihr. Und dann stell dir die Frage. Bist du in deinem Leben schon einmal gescheitert? Warst du immer erfolgreich? Oder hast du Niederlagen erlebt? Wie bist du mit den Niederlagen umgegangen? Niemand wird als Meister geboren. Niemand. Der Weg zum Erfolg führt immer über das Scheitern. Und erfolgreiche Menschen wissen das. Sie nennen das Scheitern nicht Scheitern, sie nennen es auch nicht Fehler. Tu es ihnen doch gleich. Nenn es Erfahrung. Das ganze Leben ist eine einzige riesengroße Aneinanderreihung von Erfahrungen. Doch es ist natürlich mehr als nur das Umbenennen dessen, was einem widerfährt. Es ist eine Grundhaltung. Die Grundhaltung, dass das Leben ein ständiger Wandel ist. Und wir können uns dem Wandel widersetzen oder ihn nutzen. Wir können auf der Welle surfen oder uns gegen sie stemmen. Wenn etwas nicht funktioniert, wie wir es wollen, spricht das Leben eine sehr klare, unmissverständliche Sprache. Es sagt, es ist, wie es ist. Nur ist das nicht immer das, was wir wollen. Also versuchen wir, das Leben zu verbiegen. Wir wollen die Welle, auf der wir versuchen zu surfen, umformen, damit sie noch toller, schöner, größer ist. Oder sie ist uns zu groß und wir wollen sie kleiner haben, während das Leben sagt, die Welle ist, wie sie ist. Sie hat genau diese Größe und jene Form. Und wir sagen, nein, nein, die soll aber so nicht sein. Ich will eine andere Welle. Die Welle soll so sein, wie ich sie für richtig halte. Die Welle soll so kommen und sich so formen, wie ich sie haben will. Welche davon ist das reale Leben? Was davon nur ein Gedanke? Etwas läuft nicht so, wie du es geplant hast. Ein Projekt, die Beziehung, die Autofahrt oder was auch immer. Und du sagst vielleicht so etwas wie, oh nein, etwas läuft falsch. Es ist nicht so, wie ich es will. Oh nein, das Leben ist so gemein und ungerecht. Es will mir etwas Böses. Es zerstört mir meine Pläne und das ist ungerecht. Und somit fängst du an zu kämpfen. Gegen das Leben. Gegen das, was ist. Es könnte, es könnte so einfach sein. Schau dir diese Illustration an. Es ist so einfach. Die linke Seite zeigt, was die meisten Menschen denken. Die rechte Seite zeigt, was erfolgreiche Menschen wissen. Auf der rechten Seite ist eine Straße aufgezeichnet von oben. Und es gibt eine Gabelung. Die eine geht nach links und die andere Straße führt nach rechts. Der Weg nach links führt zum Erfolg. Der Weg nach rechts führt zum Scheitern. Das ist das, was die meisten Menschen denken. Entweder ich habe Erfolg oder ich bin gescheitert. Und dann gibt es kein Weiter. Es ist ein Denken in Entweder-Oder. Die andere Seite der Illustration zeigt eine Straße und die führt direkt zum Scheitern. Und dann geht die Straße einfach weiter und führt zum nächsten Scheitern. Und die Straße geht weiter und führt auf einmal zum Erfolg. Das ist das, was die erfolgreichen Menschen wissen. Das Scheitern der Erfolg führt immer über das Scheitern. Es passiert etwas Unerwartetes oder Unerwünschtes. Wir reagieren darauf. Weiter geht's. Annehmen, was ist. Alles andere ist ein Kampf gegen das Leben. Und das Leben schlägt nicht zurück. Es ist einfach, wie es ist. Zweifle oder zweifle nicht. Du hast immer recht. Nur wenn du annimmst, was jetzt ist, kannst du etwas verändern. Sonst bist du so sehr mit dem Kämpfen gegen das, was ist, beschäftigt, dass du irgendwann ohnmächtig und machtlos wirst. Bleibe in deiner Kraft. Akzeptiere, was jetzt ist. Das heißt ja nicht gleich, dass du es gut finden musst. Es geht nicht darum, von Anfang an zu sagen, Oh, wie toll, mein Handy hat jetzt einen Sprung im Display. Darum geht es nicht. Aber es ist jetzt so. Fang an, dich aufrichtig dafür zu interessieren, wie das Leben ist. Oh, mein Handy-Display ist kaputt. Faszinierend, wie das jetzt aussieht. Sei neugierig auf das, was ist. Es gibt so viel zu entdecken. Wie ein kleines Kind, das die Welt neu entdeckt. Und gehe einen Schritt nach dem anderen. Die Dinge dürfen wachsen. Entstehen. Sich formen. Alles unterliegt einem ständigen Wandel. Geh nicht davon aus, dass du irgendwann fertig bist. Nimm dir den Druck, etwas zu Ende bringen zu müssen. Setze Meilenstein. Einen nach dem anderen. Schau dir zum Beispiel Automobile an. Was für eine Entwicklung. Und es geht immer weiter. Wenn ein Fehler auftritt, wird er analysiert. Korrigiert. Kontrolliert. Weiter geht's. Mach's genauso. Erlaube dir zu wachsen und dich zu entwickeln. Übung. Nimm dir einen Stift, Buntstifte oder einen Bleistift. Male auf ein leeres Blatt Papier ein Bild, das voller Fehler ist. Male ein Bild, von dem du hinterher sagst, oh, da bin ich aber gescheitert. Betrachte das Bild und tauche ganz in das Bild und den Moment ein. Lasse die dabei auftauchenden Gedanken vorbeiziehen. Gib ihnen keine Bedeutung, sondern lass dich in deine Zeichnung hineinfallen. Beautiful feeling. Beautiful feeling. Candy Sess war das. Hier war die Rheinwelle. 92,5. Der Mann ist mit ein bisschen Frosch im Hals. Wann, wenn nicht jetzt. Wo, wenn nicht hier. Wer, wenn nicht wir. John F. Kennedy Der Ja-Sager Das Leben öffnet Türen, der Mensch verschließt sie. Und das Leben meint es immer nur gut mit dir. Es bietet dir unendlich viele Möglichkeiten und unendlich viele Variationen des Glücks. Es bedarf nur eines einzigen Gedanken von dir, um dich diesem Glück zu stellen. Ja Auf Frankfurts größter Einkaufsstraße habe ich mich mal hingestellt, mir einen wichtig aussehenden Ausweis um den Hals gehängt und rund ein Dutzend Leute, die an mir vorbeigegangen sind, gefragt, ob sie 100 Euro geschenkt bekommen möchten. Und jetzt rate mal, wie viele angehalten haben, um die 100 Euro zu erhalten. Genau. Kein einziger. Nein, danke. Brauche ich nicht. War die gängigste Reaktion. Und der Gesichtsausdruck sagte, das ist doch ein Trick. Du willst mich irgendwie übers Ohr hauen. Unverständlich. Für mich nicht. Denn viele Menschen laufen so durch das Leben. Das Leben fragt, willst du ein großartiges Geschenk? Und sie sagen, nein, danke, ich traue der Sache nicht. Bist du ein Nein-Sager? Ha, erwischt. Das ist doch nicht so schlimm, denkst du vielleicht. Weit gefehlt. Das Leben zieht an dir vorbei. Du bist gefangen in dem Saft deiner Komfortzone. Unterschwellige Angst bestimmt dein Leben und hält dich davon ab, die ganze Schönheit des Lebens zu entdecken. Ich rede nicht von schönen Momenten. Ich rede von der ganzen Schönheit des Lebens, die vollen 100%. Das klingt dir zu dramatisch, zu übertrieben. Wenn du die ganzen 100% leben und kennen würdest, dann würdest du vermutlich jetzt dieses Buch nicht lesen. Gratuliere, dass du dazu schon mal Ja gesagt hast. Eine Gelegenheit tut sich auf. Du wirst gefragt, ob du mitmachen möchtest. Und du sagst, ach, nee, danke. Und das Leben wird noch einmal fragen. Und noch einmal. Und noch einmal. Und was soll dem Leben und was soll das Leben über dich denken, wenn du jedes Mal Nein sagst? Wenn du zu den grandiosen Dingen im Leben Nein sagst, es kann nur schlussfolgern, dass du gar nicht leben willst. Doch das ist nicht das Problem. Das Leben bleibt freundlich und fragt regelmäßig nach. Das Problem ist, dass dein ganzes System denkt, dass du gar nicht leben willst. Dein Körper, dein Verstand, dein Geist. Alles läuft nur noch auf Minimum, Standby, kurz vor Strom aus. Komm raus aus deinem Komfort-Mief. Fang an, Ja zu sagen. Willst du mit tanzen gehen? Du denkst jetzt vielleicht, dass du gar nicht tanzen kannst oder es verlernt hast oder, oder, äh, oder. Sage Ja. Und schaue, was passiert. Lädst du mich zum Essen ein? Du denkst jetzt vielleicht, dass dir das zu teuer ist oder, oder, oder. Sage Ja. Ja und schaue, was passiert. Willst du mit mir in den schnulzen Actionfilm gehen? Du denkst vielleicht, dass dir das jetzt, dass du dir das jetzt nicht antun willst oder, oder, oder. Sage Ja und schaue, was passiert. Schaue, was in dir passiert und was um dich herum passiert. Welche Gefühle löst das in dir aus? Kannst du diese Gefühle zulassen? Oder willst du sie verdrängen beziehungsweise ihnen aus dem Weg gehen? Welche Reaktion löst das bei den anderen Menschen aus, wenn du Ja sagst? Und es auch tust? Beobachte, welche Ängste in dir auftauchen. Denn diese Ängste zeigen dir die Grenze deiner Komfortzone auf. Genau jetzt wird es interessant. Denn wenn du nun nicht weitergehst, wenn du innerhalb deiner Komfortzone bleibst, wird dein System denken und lernen, dass die Angst recht hatte. Dass es wirklich besser war, nicht über diese Grenze zu gehen. Und der Kreis der Komfortzone wird jedes Mal etwas kleiner und kleiner, bis du gar nicht mehr aus dem Haus gehen willst. Es bedarf nur einer Entscheidung. Es bedarf nur einer Entscheidung, diesen einen ersten Schritt zu tun. Ein Schritt und schon bist du raus aus dem Komfort-Sumpf. Übung Sag eine Woche lang zu jeder Gelegenheit Ja. Ohne Ausnahme. Ein Nein beendet das Spiel und du wirst weiterhin deiner Komfort-Langeweile Selbstmitleidszone gefangen sein. Belüge dich nicht selbst. Sag Ja. Ohne Ausnahme. Die Belohnung wird von unschätzbarem Wert sein. Etwas, das du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und was das ist, verrate ich ihr nicht. Du wirst es erleben. Ich freue mich über eine E-Mail, in der du von deinen Erlebnissen berichtest. Wenn du magst, dann radio.atmariusschäfer.de Vagabundin Mia Agerter. Das hat so schön gepasst. Wenn ich kaltes Wasser sehe, wenn ich Wasser sehe, dann muss ich da reinspringen. Gilt inzwischen ja auch für mich. Wenn irgendwo kaltes Wasser ist, dann möchte ich da am liebsten gerne gleich reinspringen. Und das habe ich auch wieder gemacht, denn ich komme frisch vom Bodensee zurück. Und das Wasser hatte angenehme 7 bis 8 Grad. Und es hat sich allerdings deutlich kälter angefühlt. Also ich bin nur eine halbe Minute drin geblieben und dann haben Finger und Füße gesagt, das reicht für diesen Moment. Und trotzdem liebe ich diesen frischen Kick, den ich danach habe. Doch dazu ein anderes Mal mehr. Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Tägliches Ritual Kannst du dich selbst herausfordern und dann scheitern? Hast du dich jemals gefragt, warum du dir etwas vornimmst, was du unbedingt möchtest, um dann kurz vor dem Ziel aufzugeben? Hier kommt nun die schwierigste Übung, die ich kenne. Denke dir ein Ritual aus. Wie lange die Durchführung eines Ritualdurchgangs dauert, ist dabei nicht entscheidend. Bestimme eine Uhrzeit, zu der du dieses Ritual jeden Tag wiederholst. Jeden Tag zu exakt derselben Uhrzeit. Was denkst du, wie lange du das schaffst? Eine Woche? Zwei Monate? Oder vielleicht ein Jahr? Und beobachte, welche Gedanken jetzt in dir aufkommen. Okay. Bevor ich dir das näher erläutere, hier ein paar Ritualbeispiele. Jeden Morgen um sieben Uhr zu einem bestimmten Lied tanzen. Jeden Abend um neunzehn Uhr eine Kerze anzünden und drei Minuten dazu meditieren. Jeden Morgen um neun Uhr einmal Halleluja sagen. Nicht um zwei nach sieben, nicht um eins vor sieben, Punkt sieben Uhr, das exakt gleiche Ritual. Zurück zu den Gedanken. Denkst du, ach, ist doch ganz easy. Oder eher, äh, wozu sollte ich das jetzt machen? Oder bist du schon bereit zu sagen, diese Herausforderung nehme ich an? Wenn du zu der ist doch easy Fraktion gehörst, dann lade ich dich ein, zu zeigen, wie einfach das ist. Und wenn du zu der äh, wozu Fraktion gehörst, will ich dir gerne erklären, was dahinter steckt. Frage dich einmal, wer oder was in dir trifft deine Entscheidung? Dein Herz, dein Bauch, dein Kopf, der Körper? Sagen wir mal, du entscheidest dich, diese Übung zu machen. Wer ist jetzt der Chef? Du, der es entschieden hast? Oder gibt es noch andere Teile in dir, die dich manipulieren? Im Grunde lautet die Frage, manipulierst du dich selbst? Und wenn ja, wer oder was in dir macht das? Denn von außen betrachtet, müsste es doch ganz einfach sein, diese Übung zu machen. Denn du hast dich ja dazu entschieden. Und nun wird es spannend. Fängst du die Übung an und du bist... Die Buchstaben haben sich gerade verschoben. Fängst du die Übung an und bist du ein Opfer deiner selbst, wirst du dich manipulieren, ohne es zu merken. Oder du merkst es vielleicht, ignorierst es aber. Du, es, wirst anfangen und dir immer mehr Gründe liefern, warum du diese Übung jetzt nicht machen solltest. Oder warum sie sogar ganz beenden solltest. Probier es doch mal aus. Es ist faszinierend. Da triffst du eine Entscheidung und zack, fängst du an, dir selbst in die Quere zu kommen. Da braucht niemand anderes auf dich einreden oder dir irgendwelche Argumente dafür oder dagegen liefern. Du musst niemanden von der Übung erzählen, sodass niemand anderes Einfluss auf dich nehmen kann. Das wirst du selbst tun. Beziehungsweise ein Teil von dir. Erforsche diesen Teil. Das ist wichtig. Du bist mehr als dieser Teil. Beobachte, welche Gedanken auftauchen, die dich von der Übung abhalten wollen. Die dich von der Übung abhalten wollen. Höre ihnen zu ohne ihnen Macht zu geben. Fang an, sie zu hinterfragen. Wenn die Gedanken ein Argument bringen, warum du es nicht mehr machen solltest, dann frage dich, ist das wahr? Ist das wirklich wahr, was die Gedanken mir erzählen? Und dann überprüfe, was wirklich ist. Diese Gedanken werden dir etwas vom Pferd erzählen. Aber schau dich um, da ist kein Pferd. Das, was in dir denkt, wird Geschichten erfinden, um dich zu überzeugen. Die Gedanken werden etwas erzeugen, was nicht existiert. Etwas, was jetzt nicht ist. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst deine Gedanken oder du hinterfragst sie. Das gilt natürlich nicht nur für diese Übung. Das gilt immer, wenn belastende Gedanken auftauchen. Diese Übung wird nur, vermutlich, sehr schnell dafür sorgen, dass sie sich melden. Oder die Stimme wird klammheimlich dafür sorgen, dass du diese Übung erst gar nicht machst. Oder du nimmst sie dir vor und sie lenkt dich so ab, dass du es gleich wieder vergisst. Werde bewusst. Stell dir einen Wecker. Häng dir einen Zettel an sämtliche Spiegel und nimm die Zügel wieder in die Hand. Du hast es in der Hand. Nicht deine Gedanken. Verurteile sie bitte nicht. Sie sind ein Teil von dir. Schenke ihnen die Aufmerksamkeit, wie sie ein kleines Kind haben möchte. Sei liebevoll und aufmerksam, doch hinterfrage sie. So wirst du immer mehr ins wirkliche Leben eintauchen und die Qualität deines Lebens vertiefen. So wirst du deinen goldenen Käfig um dich herum immer mehr erkennen können und ihn nach und nach verblassen lassen, um am Ende festzustellen, dass der Käfig nur in deiner Vorstellung existiert hat. Es gibt kein besseres Mittel, um etwas zu erreichen, als es zu tun. Ups, das war ein abruptes Ende. Ungeplant. Das war Bliss und Breathe. Atme. Das Atmen. So wichtig. Und doch, habe ich früher so oft so falsch geatmet. Doch auch das ist ein anderes Kapitel. Wie du merkst, heute ein Kapitel nach dem anderen aus dem Buch. Denn ich gestehe, ich möchte das gerne durchbringen, weil ich noch so viele andere Themen habe, auf die ich mich schon sehr freue. Und vor allen Dingen auch viele Gäste in petto, auf die ich mich freue. Doch mein Vorhaben war, ist das Buch hier komplett durch- und vorzulesen. Und deswegen bin ich da sehr fokussiert drauf. Und weiter geht's. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Cecily Saunders. Aufmerksamkeit schenken. Was möchtest du von jemandem, dem du etwas gibst? Was möchtest du für deine Geschenke bekommen? Bist du bereit, dich von deinen Erwartungen und Forderungen zu lösen? Wann hast du das letzte Mal einem Menschen deine hundertprozentige Aufmerksamkeit geschenkt? Ich wage sogar zu fragen, wann hast du das je getan? Na, immer wieder hörst du dich vielleicht jetzt denken. Doch ich meine nicht, wann hast du dich das letzte Mal um jemanden gekümmert? Oder wann du so getan hast, als ob du dich für ihn interessieren würdest, um eigentlich nur etwas über dich loszuwerden? Ich meine, wann hast du das letzte Mal jemandem deine bedingungslose Aufmerksamkeit geschenkt? Ich rede von einer Aufmerksamkeit, die nichts erwartet, die nichts fordert, die nicht beeinflusst und nicht manipuliert, die als Geschenk und nicht als Forderung an dein Gegenüber herantritt. In einem Gespräch hören wir zwar oft aufmerksam zu, doch dann kommt der Kontrollmechanismus. Wir fangen an, Fragen zu stellen und wer fragt, der führt. Jede Frage beeinflusst, wohin sich das Gespräch entwickelt. Mit einer Frage nimmst du deinem Gegenüber den roten Faden aus der Hand und stellst einen Wegweiser hin, auf dem steht, ich will da lang. Wo bist du gestern gewesen? Ach, hast du da dieses und jenes auch schon erlebt? Ach, das ist ja schrecklich. Wie konnte er dir das nur antun? Was denkt er sich dabei? Dies hat zur Folge, dass du gar nicht wirklich zuhörst, was er oder sie dir erzählt. Du hörst vielleicht noch die Worte, aber so kannst du diese zarte Seele vor dir gar nicht erfassen. Höre einmal mit deinem ganzen Körper zu. Vertiefe dich in die Seele vor dir. Erfasse sie als Ganzheit und lausche tief in sie hinein. Kein Kampf starren, ganz entspannt nur zuhören. Nicht einmal nicken und mhm sagen. Du kannst so viel mehr über die Person erfahren. Stell dir einmal vor, du weißt nicht, was du deiner Mutter, Schwiegermutter oder Nachbarin zum Geburtstag schenken sollst. Versuche es mal mit dieser Aufmerksamkeit. Du könntest sagen, erzähl mir etwas von dir. Ich möchte dich gerne besser kennenlernen. Du erzählst und ich höre einfach nur zu. Und dann lausche. Fünf Minuten, zehn Minuten, schaue in die Augen und öffne dein Herz für das Wesen und seine Geschichte. Wenn du in einer Partnerschaft bist, frage deinen Partner, ob er mit dir regelmäßig, zum Beispiel einmal die Woche, diesen Aufmerksamkeitsraum mit dir öffnen möchte. Die Regel lautet, jeder hat fünf, sieben oder zehn Minuten Zeit, reine Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Diese Zeit gehört zu 100% dir. Wenn du in der Reihe bist, kannst du reden, schweigen, lachen. Es ist deine Zeit und der andere ist aufmerksam dabei. Er schweigt und ist Zeuge dessen, was geschieht. Es ist eine schöne Gelegenheit, sich auch seine Sorgen, Ängste und Befürchtungen von der Seele zu reden. Und der andere darf nicht unterbrechen oder intervenieren. Ist das nicht großartig? Sprich dabei von dir, wie es dir geht. Mach aber besser keine Vorwurfsarie daraus, das wird sonst ein ziemliches Gejaule. Wenn jeder dem anderen nur Vorwürfe macht, wie soll da das Herz aufgehen? Sag nicht, du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Du bist immer so vorwurfsvoll und gemein. Sag lieber, mir geht es gerade nicht gut. Ich empfinde deine Worte als Kritik und das macht mich traurig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Verbinde dich mit dir und dem, was in dir ist. Sprich aus deinem Herzen. Sei ehrlich zu dir, mach eine Inventur und schildere, wie es in dir aussieht. Und so einen Aufmerksamkeitsraum kannst du mit jedem Menschen machen. Mit jedem. Und respektiere es, wenn dein Partner oder wer auch immer das nicht möchte. Du bist dafür nicht auf ihn angewiesen. Wenn du ihn dazu zwingen möchtest, hast du den Sinn dieser Übung noch nicht verstanden. Dann bist du im manipulierenden Prinzip. Es geht darum, deinem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen, ohne dich kleiner oder größer zu machen. Auf Augenhöhe kannst du dich, könnt ihr euch, begegnen und verbinden. Dann kann die Liebe zwischen euch beiden fließen. Und selbst wenn dein Gegenüber nicht mitmachen sollte, wirst du ihm ganz anders begegnen. Du wirst feststellen, wo und wie er versucht, dich zu manipulieren und ob er versucht, dich kleiner oder größer zu machen, als du bist. Du wirst feststellen, ob du in solchen Fällen gut bei dir bleiben kannst, ohne in Gegenvorwürfe zu verfallen. Möchtest du so sein und leben, wie du bist oder möchtest du zurecht gebogen werden? Siehst du, den anderen Menschen geht es nicht anders. Jede Manipulation ist ein Du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Ich werde dich besser machen, als du bist. Ich werde dich dazu bringen, dass du in meine Vorstellung eines idealen Menschen passt. Das will niemand. Niemand will zurecht gebogen werden. Wir sind schon perfekt. Wir sind schon perfekt, so wie wir sind. Wenn dir die Nase eines anderen Menschen nicht gefällt, dann ist das dein Problem. Nicht die Nase ist das Problem, sondern dass du die Nase gerne anders hättest. Die Nase ist einfach nur die Nase. Wunderschön auf ihre ganz persönliche individuelle Art und Weise. Öffne dich dafür, dass in allem die Schönheit des Seins steckt. Öffne dein Herz für das, was ist und schaue nicht nach dem, was nicht ist und wie du es gerne anders hättest. Übung Suche dir einen Menschen, mit dem du regelmäßig den Aufmerksamkeits Raum öffnest. Dies kann deine beste Freundin oder dein Partner sein oder sogar der gehasste Arbeitskollege. Lass dich überraschen, was du alles über dich erfährst. Und respektiere auch, wenn die andere Person es nicht möchte. Es gibt genügend Menschen auf dieser Welt, die offen für diese Art der Begegnung sind. The whole of the moon, the water voice. Auf das Lied bin ich gestern gekommen, weil ich eine Serie geschaut habe und da lief die am Ende. Das verrate ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall hat es mich sehr berührt. Zurück zu dem Zuhören, worum es gerade ging. Die Aufmerksamkeit schenken, das ist etwas, was ich wirklich, wirklich nur empfehlen kann, das zu üben. Denn meistens passiert es ja wirklich so, dass in einem Gespräch jemand was erzählen möchte. Und der andere bringt sich, zumindest meine Erfahrung, dass der andere sich unheimlich schnell einbringt und ich oft gar nicht zu Ende erzählen kann. Liegt vielleicht auch an mir, aber mir passiert es immer wieder, dass ich ist natürlich auch ihr gutes recht. Und ich finde die Übung sehr wertvoll, weil ich dabei lernen kann, wann geht es um mich und wann geht es nicht um mich. Ich darf ja immer wieder Gruppen begleiten im Seminarbereich und da machen wir diese Übung natürlich auch. Und das ist so schön zu beobachten von außen, wie schwer es vielen Menschen fällt, sich selbst raus zu nehmen und dem anderen wirklich dieses Geschenk zu machen. Das ist so antrainiert, was dazu sagen, zu kommentieren und es einfach stehen zu lassen. Dabei ist es doch gerade das Einfache, wenn ich in einer Übung definiere, du hörst nur zu. Das heißt, ich brauche gar nichts zu tun, außer aufmerksam da zu sein. Das heißt, ich darf mir selbst den Auftrag geben, ich muss nichts kommentieren. Ich muss weder was Schlaues sagen, noch muss ich wissen, was ich dazu zu sagen habe. Und wenn ich mir das erlaube, dann kann eine ganz tiefe Entspannung in mir entstehen. Und das macht es so viel einfacher. Ich muss nichts tun. Ich bin einfach in meiner Anwesenheit, in meiner Präsent da. Mein Geschenk ist meine Anwesenheit. Mein Geschenk ist mein Sein in dem Moment. Probier es gerne mal aus. Am einfachsten ist es natürlich gerade am Anfang, das mit jemandem zu machen, der die Übung auch kennt oder der ganz klar sagt, oh, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Und gerne dranbleiben und immer und immer wieder mal diese Erfahrung machen. Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du immer willst, was du tust. Graf Tolstoi Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Wie viel Zeit verbringst du in den Angelegenheiten anderer? Mach dich auf eine schockierende und befreiende Erkenntnis gefasst. Wie seh dein Leben ohne die Probleme der anderen aus? Nimm dir mal etwas Zeit, um in dich zu gehen und diese Frage wirken zu lassen. Wie sehen deine Tage aus, wenn um dich herum alle glücklich und zufrieden wären? Niemand, der nörgelt, niemand, der dich kritisiert, niemand, der dir erzählt, wie schrecklich seine Arbeit oder seine Familie ist, niemand, der dich um einen Gefallen bittet. Was würdest du tun, wenn du dich nur um dich kümmern würdest, ohne auf Kosten der anderen zu leben? Und vielleicht machst du das bereits? Herzlichen Glückwunsch! Doch was passiert in den meisten Fällen eines Menschenlebens? Wir mischen uns in die Angelegenheiten der anderen ein und machen deren Probleme zu unseren. Ja, wir schaffen sogar Probleme, wo gar keine sind, damit wir sie lösen können. Frage dich, in wessen Angelegenheit befinde ich mich gerade? Wenn dein bester Freund umziehen möchte und sagt, er ist auf deine Hilfe angewiesen. Wenn dein Chef fragt, wenn dein Chef sagt, er braucht dieses oder jenes unbedingt bis morgen früh. Wenn am Nachbartisch eine Gabel runterfällt, wenn deine Mutter krank ist, wenn der Mann vor dir in der Warteschlange stinkt, wenn der Mann, der im Café vor dir sitzt, mit einem Holztlöffel in seinem Ohr pohlt und ja, das passiert gerade wirklich. Halte inne und nutze die Gelegenheit, um dich zu fragen, wessen Angelegenheit ist das gerade? Es gibt nur drei Angelegenheiten auf der Welt und das ist deine, meine und die vom lieben Gott. Wessen Angelegenheit ist es, ob es heute regnet oder schneit oder morgen die Erde bebt? Das macht das Leben. Der liebe Gott oder welche höhere Instanz für dich auch immer das sein mag. Das Universum, das Leben, das alles. Es ist jedenfalls keine, die du beeinflussen kannst. Alles. Aber wirklich alles andere kannst du zu 100% einteilen in das ist deine Angelegenheit oder das ist meine Angelegenheit. Es gibt da kein 90 10 oder 50 50. Der Irrtum liegt meistens darin, dass wir die Angelegenheiten der anderen zu unserer machen und es noch nicht mal merken. Wir denken, sei jetzt unsere Angelegenheit und wir hätten ja keine andere Wahl. Das ist Quatsch. Du hast immer die Wahl. Immer und zu jeder Zeit. Wenn dir das nicht bewusst ist, lebst du unbewusst in einem Opferdasein. Das ist anstrengend. Dann, wenn du gedanklich unbewusst in den Angelegenheiten der anderen bist, verlierst du Energie. Du bist ja dann nicht mehr bei dir. Da ist sozusagen keiner mehr zu Hause, der die Energie des Lebens empfangen kann. Also kann diese Energie nicht mehr in und nicht mehr durch dich fließen. Die Frage, in wessen Angelegenheit befinde ich mich gerade, kann dich wieder zu dir zurückholen, sodass dir bewusst wird, dass du dich verlassen hast. Andere können nicht für dich entscheiden. Dein Chef zum Beispiel kann sagen, das ist deine Angelegenheit, dass du die Arbeit in der vorgegebenen Zeit erledigst. Exakt. Und du stimmst dem entweder stillschweigend oder laut äußern zu. Du sagst damit, okay, ich mache es jetzt zu meiner Angelegenheit. Somit wählst du unbewusst oder bewusst, dass es jetzt deine Angelegenheit ist. Doch frage dich, will ich das? Natürlich hat es Konsequenzen, wenn du Nein sagst. Doch genauso hat es Konsequenzen, wenn du Ja sagst. Du könntest deinem Chef sagen, dass du lieber nach Hause gehst und es dann tun. Und vielleicht verstößt du damit gegen deinen Vertrag, in dem bestimmte Arbeitszeiten vereinbart sind. Und vielleicht erhältst du dann eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung. Prüfe. Hattest du nun eine Wahl oder nicht? Ja, du konntest wählen zwischen machen, was der Chef verlangt, und machen, ich möchte es. Beides hat Konsequenzen. Alles hat Konsequenzen. Das Wort Konsequenzen ist vielleicht nur etwas negativ belegt. Vielleicht klingt es sanfter, wenn ich sage, auf alles folgt etwas. Und wir wissen nie, wo es uns wirklich hinführen wird. Aber aus Angst vor diesen Konsequenzen wählen wir oft den vermeintlich ungefährlicheren Weg und hören nicht auf das, was wir wirklich wollen. Und um uns von dem abzulenken, mischen wir uns dann in die Angelegenheiten der anderen ein. Die entscheidende Frage ist, willst du etwas zu deiner Angelegenheit machen? Es ist nicht verkehrt, sich um die Angelegenheiten der anderen zu kümmern. Wenn es im Einverständnis geschieht und nicht aus dem Glauben heraus, das wäre doch gut für den anderen. Und prüfe, ob du es wirklich willst. Basiert diese Entscheidung auf Angst oder auf Liebe? Hast du Angst davor, Nein zu sagen? Was würde passieren, wenn du es nicht machst? Machst du es gerne, ohne dafür etwas zu erwarten? Wenn du Nein sagst, dann gehe noch einmal tief in dich. Meistens ist dort noch eine Erwartung, die durch dein Helfen entsteht. Wenn der Mann in der Warteschlange vor dir stinkt, dann ist das seine Angelegenheit. Wie du darauf reagierst, ist deine. Wie du auf etwas reagierst, ist immer deine Angelegenheit und darum darfst du dich auch liebevoll kümmern. Übung Probiere es mit eigenen Beispielen aus. Wenn jemand mit einer Bitte zu dir kommt, dann frage dich erst einmal, wessen Angelegenheit ist das? Und wenn es nicht deine ist, dann frage dich, will ich es zu meiner machen. Und was erwarte ich dafür? Und dann entscheide dich bewusst dafür oder dagegen. Immer dieser abrupte Abbruch. Ich glaube, irgendwie hat sich mein Programm hier verstellt. Denn gedacht ist das so nicht. Das war Oliver, Shanti und Friends und du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen und wenn du irgendwelche Rückmeldungen zu dieser Sendung loswerden möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst an radio at marius binde-schäfer.de radio at marius binde-schäfer.de oder gerne eine WhatsApp an die 0170 65 64 165 SMS funktionieren an dieser Nummer nicht. WhatsApp geht schon 0170 65 64 165 Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen Meister Yoda Entscheide dich. Wer entscheidet, was du tust und was du nicht tust? Wir sind mit allem verbunden. Wir sind alle eins. Wir sind alle alles. Ich bin du und du bist ich. Und doch sind wir auch ein wir. Das ist unser natürlicher Zustand. Dann kommt das Ich bzw. das, was wir für unser wahres Ich halten. Und durch das Ich Denken trennen wir uns voneinander. Wir schneiden uns ab. Wir wollen erst einmal nur noch das Ich sein und haben Angst vor dem Wir. Wir haben Angst, dass das Ich nicht mehr ist und in dem Wir untergeht. Oder dass das andere Ich in dem Wir größer ist als das eigene Ich. Das Ich hat Angst innerhalb des Wir zu sterben. Das Ich will nicht sterben. Es kämpft um zu überleben. Und das ist der unnatürliche Zustand. Aus Angst trennen wir uns von dem ab, was wir sind. Wir wollen das Ich beschützen. Wenn ich mich von dir trenne, trenne ich auch einen Teil von mir ab. Denn wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Wenn du leidest, habe ich auch Leiden in mir. Diese Trennung geschieht und ist ein normaler Bestandteil des Lebens. Um wieder zusammen zu wachsen und zusammen zu wachsen, bedarf es einer Entscheidung. So ist auch der Weg der Liebe. Das heißt zur Einheit und des Nicht-mehr-Leidens, des sich-Wieder-Verbindens ist im Endeffekt auch eine Frage der Entscheidung. Denn jede deiner Entscheidungen basiert entweder auf Liebe oder auf Angst. Wenn du aus der Liebe heraus entscheidest, dann geht es um die Sache selbst. Dann ist kein Zweck dahinter. Wenn du aus der Liebe heraus entscheidest, dann steht die Sache selbst im Fokus und alles andere spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du abgelehnt wirst. Es spielt keine Rolle, was die anderen sagen oder ob du Erfolg haben wirst. Es geht so sehr um die Sache, dass es kein Ziel gibt, außer der Sache selbst. Du kannst nicht verlieren. Wenn du zum Beispiel ein Bild malst, weil du gerne malst, wo ist dann die Angst? Wenn der Weg das Ziel ist, wie kannst du dann nicht am Ziel ankommen? Genau. Indem du aus Angst deinen Augen vor dem Weg verschließt. Dann basiert deine Entscheidung auf Angst und du kannst den Weg nicht mehr sehen, obwohl er da ist. Wenn du das nächste Mal unter Menschen bist, zum Beispiel in einem Café oder in der U-Bahn, dann schließe einmal deine Augen und fokussiere dein Gehör auf ein naheliegendes Gespräch. Lausche diesem Gespräch für einen Moment. Lass die Augen geschlossen und fokussiere dein Gehör auf ein anderes Gespräch. Lausche auch diesem für einen Moment. Was passiert? Du kannst entweder dem einen oder dem anderen Gespräch zuhören, aber nicht beiden gleichzeitig. Beide finden zur gleichen Zeit statt. Beide sind präsent, aber du entscheidest, welchem du folgst. Nur durch das Ändern deines Fokus, deines Zuhörens. Im Äußeren ändert sich nichts. Es ist deine Entscheidung, durch die du dich dafür öffnest, was du wahrnimmst und was nicht. Fokussierst du dich im Leben auf die Liebe und das, was ist, oder auf die Angst und damit auf das, was nicht ist? Wie gehst du mit dir um, wenn es dir nicht gelingt, dich auf die Liebe zu fokussieren? Übung. Egal wo du gerade bist, klatsche einmal in beide Hände. Dann atme einmal tief durch und versuche einmal in beide Hände zu klatschen. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Vorgehensweisen? Welche Gedanken kamen auf, als du das erste gehört hast? Welche bewusste oder unbewusste Entscheidung hast du anschließend getroffen? Kurze Gedenkpause und einmal räuspern. Und weiter geht's. Was nicht auf einer einzigen Manuskriptseite zusammengefasst werden kann, ist weder durchdacht noch entscheidungsreif. Eisenhower. Entscheidungspasswort. Ich stelle dir hier eine kurze, einfache und effektive Methode vor, um dir deine bewusst gefassten Entscheidungen zu merken und zu verinnerlichen. Solltest du dich viel mit dir beschäftigen. Und dabei sein, dich besser kennenzulernen. Was recht wahrscheinlich ist, da dich dieses Buch sonst wohl nicht interessieren würde. Dann hast du vielleicht, und ich wünsche es dir auch, schon einige neue Erkenntnisse über dich erlangt. Vielleicht hast du schon erkannt, dass du ein wunderbares Wesen voller Liebe bist. Vielleicht hast du eines deiner Themen erkannt, die dich noch nicht in Freiheit leben lassen. Vielleicht hast du zum Beispiel erkannt, dass du viele Dinge anfängst, aber irgendwie nicht zu Ende bringst. Oder dass du ein notorischer, meist eher unbewusster Neinsager bist. Nun, eine Veränderung beginnt mit deiner Entscheidung. Die Entscheidung, etwas verändern zu wollen. Und dann ist die Veränderung auch schon in Gang gesetzt. Ob sie umgesetzt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Einer davon ist, dass wir oft vergessen, was wir entschieden haben, weil wir auch einen Teil in uns haben, der gar nicht will, dass wir uns verändern. Unbewusst manipuliert uns dieser Teil, um dadurch schön in dem alten Saft, auch bekannt als Komfortzone, zu bleiben. Doch es gibt verschiedene Mittel und Wege, mit denen du dich selbst wieder daran erinnern kannst, was du entschieden hast. Es geht hier nicht um eine Suggestion, an die du sowieso nicht glaubst. Das hätte auf Dauer auch keine Wirkung. Das wäre wie eine Wand, die schimmelt und du streichst halt eine schöne Farbe darüber. Der Schimmel kommt immer wieder durch. Und so ist das auch mit deiner Überzeugung. Sie ist der Kern. Sie ist das, was du glaubst und nicht das, was du gerne hättest. Ich wünsche dir also, dass die gefundenen Entscheidungen von Herzen kommen. Wie du dazu kommst, ist ein anderes Kapitel. Hier geht es darum, diese Entscheidung auch ins Leben zu bringen. Übung Solltest du einen Computer haben, sei es privat oder auf der Arbeit, ändere dein Passwort entsprechend deine Entscheidung oder Erkenntnis ab. Der Frosch ist wieder da. Wenn du zum Beispiel festgestellt hast, dass du dich nicht mehr selbst vernachlässigen oder verleugnen möchtest, könnte die Entscheidung lauten, ich bleibe mir treu. Das dazugehörige Passwort könnte dann lauten, ich bleibe mir treu, Ausrufezeichen. Oder 99, ich bleibe mir treu. Füge dem Satz weitere Zeichen hinzu, damit es ein sicheres Passwort ist. Dazu eignen sich Zahlen und Sonderzeichen. Manche Programme setzen auch bestimmte Sonderzeichen und Zahlen voraus, sonst akzeptieren sie das Passwort nicht. Sollte das Betriebssystem die Möglichkeit bieten, dass du das Passwort regelmäßig änderst, dann nutze das. Freue dich auf das nächste neue Passwort und damit auch deine nächste Entscheidung. Wenn du auf der Arbeit oder auch zu Hause einen PC nutzt und dich dort mit deinem Passwort einloggst, wirst du jedes Mal an deine Entscheidung erinnert. Das ist einfach großartig. Lass dich überraschen, welche positive Auswirkungen die Änderung deines Passworts auf dich haben wird. Thankful von Beth Hart und davor The Power of Forgiveness unter anderem mit Tina Turner. Ja, der liebe alte Frosch hat mich heute wieder eingeholt, erwischt. Der zeigt sich manchmal. Trockener Hals. Vielleicht kennst du das auch. Natürlich genau dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann, so wie heute. Passiert mir öfters, wenn ich viel rede. Grundsätzlich bin ich ja eher der Zuhörertyp. Doch hier geht es ja ums Reden. Doch trockene Luft, wenig trinken. Irgendwie trägt es dazu bei, dass ich heute wieder den Frosch als Besuchter war. Mal schauen, wie es weitergeht. Mal schauen, was passiert. Kein Mensch muss müssen. Gotthold, Ephraim Lessing. Wir sollten mehr dürfen wollen. Wenn du glaubst, du musst bestimmte Dinge tun, unterliegst du einem Irrtum. Zu denken, etwas zu müssen, bedeutet lediglich, sich zu irren. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich die Wörter müssen und sollen so gut wie gar nicht verwende. Ich mache das nur in ganz seltenen Fällen. Und zwar aus Überzeugung. Ich bin überzeugt davon, dass Sätze mit müssen und sollen immer falsch sind. Und das lässt sich ganz leicht überprüfen. Schließe einmal die Augen und wiederhole in Gedanken den Satz, ich muss erfolgreich sein. Spüre dabei in deinem Körper, wie sich dieser Gedanke in deinem Körper anfühlt. Wie reagiert dein Körper? Eng oder weit? Leicht oder schwer? Prüfe nun einen anderen Satz. Zum Beispiel, ich darf so sein, wie ich bin. Schließe wieder die Augen und spüre in deinem Körper, während du den Satz wiederholst. Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Welche Körperempfindungen kannst du jetzt wahrnehmen? In den meisten Fällen ist das beim ersten Satz eher schwer und eng und im zweiten Satz leicht und frei. Warum ist das so? Die müssen, sollen Sätze entstammen nicht deinem Herz. Es sind Gedanken, die von anderen übernommen wurden. Und die anderen haben diese Gedanken ebenso übernommen. Sie werden quasi von Generation zu Generation weitergereicht. Bis jemand sagt, äh, halt, ich mach da jetzt nicht mehr mit. Ich stelle jetzt in Frage, was ihr mir da sagt. Muss ich dieses, jenes wirklich tun? Sollte ich jenes wirklich so machen? Müssen und sollen suggerieren immer, du hättest keine Wahl. Und das stimmt nicht. Nie. Du hast immer eine Wahl. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten. Wir sehen sie nur oft nicht. Doch ein Muss behauptet, du hast keine Wahl mehr. Schon allein deswegen kann ein Muss nicht richtig sein. Niemals. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, äh, ja doch. Ich muss doch auf Toilette gehen. Ich muss sterben. Und was fällt dir noch alles ein, was du glaubst zu müssen? Und bevor du weiterliest, weiter zuhörst, gönne dir den Moment und gehe wieder tief in dich und überprüfe auch diese Sätze. Wenn du kannst, schließe deine Augen und wiederhole die Sätze in Gedanken und spüre in deinen Körper hinein. Alles, was sich unangenehm anfühlt, ist unnatürlich und nicht wahr. Es sind unwahre Gedanken. Was sich leicht und weit anfühlt, ist wahr und entspricht unserer Natur. Und dann hör tief in dich hinein, was dein Herz dir sagt. Höre, ob du eine Antwort bekommst. Höre, was deine Wahrheit ist. Die Wahrheit, welche weich und sanft ist. Sollte keine Antwort kommen, sei bitte geduldig. Es kann manchmal etwas dauern. Und manchmal werden wir zu schnell abgelenkt von unseren Gedanken. Übe es weiterhin. Die Antwort und die Wahrheit liegen immer in dir. Mit dem Müssen und Sollen war das bei mir so. Als ich an einem Samstagmorgen aufwachte, sprang sofort der Gedankenapparat an und erzählte mir. Also, du musst einkaufen. Aufräumen, außerdem noch Wäsche waschen, die Wohnung putzen und... Oh mein Gott, was für ein Stress. Ich lag noch im Bett und hatte schon Stress und das am Wochenende. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das fühlte sich nicht gut an. Die To-Do-Liste wuchs und wuchs. Stress. Stress. Und nochmal Stress. Stress. Dann änderte ich etwas. Es war nur eine einzige kleine und entscheidende Sache. Ich lag wieder an einem Samstagmorgen im Bett und es ging genauso wieder los. Du musst. Jetzt habe ich die Zeile verloren. Also nochmal. Mit dem Müssen und Sollen war das bei mir so. Als ich an einem Samstagmorgen aufwachte, sprang sofort der Gedankenapparat an und erzählte mir. Du musst einkaufen, aufräumen, die Wäsche waschen, die Wohnung putzen. Was für ein Stress. Ich lag noch im Bett und hatte schon Stress. Und das am Wochenende. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das fühlte sich nicht gut an. Die To-Do-Liste wuchs und wuchs. Stress. Stress. Und nochmal Stress. Und dann änderte ich etwas. Es war nur eine einzige kleine und entscheidende Sache. Ich lag wieder an einem Samstagmorgen im Bett und es ging genauso wieder los. Du musst einkaufen, aufräumen, Wäsche waschen, die Wohnung putzen. Stopp. Ich fragte mich, will ich das wirklich? Ich formulierte den Gedanken um und sagte zu mir, ich möchte aufräumen. Und dann wartete ich und spürte in mich hinein. Die Antwort war eindeutig. Äh, nein. Das möchte ich nicht. Ach hoch. Auf einmal war ich ehrlich zu mir selbst. Und es fühlte sich sogar richtig gut an, mit dieser Ehrlichkeit in Berührung zu kommen. Diese Erkenntnis. Ich will das ja gar nicht. Ja, was ist das denn? Ich war positiv überrascht und merkte, wie ich wacher wurde. Ich überprüfte also den nächsten Gedanken. Ich möchte einkaufen. Und wieder wartete ich und hörte in mich hinein. Die Antwort war wieder eindeutig. Ja, ich möchte einkaufen. Ich liebe es, durch Supermärkte zu stöbern, neue Produkte zu entdecken und leckere Sachen einzukaufen. Ja, das mache ich wirklich gerne. Und Freude kam in mir auf. Es fing mir an, Spaß zu machen, so zu denken. Also weiter. Ich möchte die Wohnung putzen. Ich hörte tief in mich hinein. Und die Antwort kam prompt. Äh, nö, möchte ich nicht. Nur, dann habe ich ja eine dreckige Wohnung, fiel mir auf. Will ich eine dreckige Wohnung? Nein, das möchte ich auch nicht. Aha. Ich habe die Wahl. Aufräumen oder eine dreckige Wohnung. Oder ich könnte mir jemanden suchen, der die Wohnung für mich putzt. Und es taten sich ganz neue Varianten auf. Jetzt, wo mir klar geworden war, was mir wirklich wichtig ist. Wow. So leicht ist das also? Ja, das ist es. Übung. Streiche die Wörter müssen und sollen aus deinem Sprachgebrauch. Du benötigst sie nicht weiter. Stell dir stattdessen eine gedankliche Alarmglocke vor. Und diese läutet jedes Mal, wenn du die Wörter müssen oder sollen benutzt. Ring, ring. So merkst du, oh, halt, stopp. Ich denke gerade eine Unwahrheit. Ersetze diese Wörter durch wollen oder dürfen. Und freue dich darauf, deine Wahrheit zu entdecken. Fülle den Unterschied und entdecke deine Wahrheit. Erlaube den anderen Menschen, dass sie müssen und sollen sagen. Und lass deine Glocke ruhig auch dann läuten, wenn sie es tun. Das ist ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Madeleine Juno, gib doch nach. Ich will aber, ich will aber, ich will aber Recht haben. Ich will, ich will. Damit fangen die meisten, wenn nicht sogar alle, Probleme an. Ich will aber, nein, ich will Recht haben. Ich will mehr. Gib mir, gib mir was ich will. Sonst werde ich böse. Gib doch einfach mal nach. Oder hör auf damit. Wenn du ein Problem hast, versuch es zu lösen. Wenn du es nicht lösen kannst, mach kein Problem daraus. Siddhartha, guter Ma. Hör auf damit. Niemand steht dir mehr im Wege als du selbst. Daher hast du es auch in der Hand, ob du dir aus dem Wege gehst oder nicht. Und meistens ist die Lösung genauso einfach, wie sie klingt. Du brauchst nur einen Schritt zur Seite zu gehen. Machst du manchmal Dinge, die du gar nicht tun möchtest. Hör auf damit. Verurteilst du dich dann auch noch dafür? Hör auf damit. Glaubst du immer noch Opfer gewisser Lebensumstände oder Personen zu sein? Hör auf damit. Was als Sketch auf YouTube unter Stop it zu finden ist, hat sich in der Praxis als sehr hilfreich herausgestellt. Diese Methode bringt es auf den Punkt. Hör auf damit. Ich meine, was hält dich davon ab? Nur du selbst. Wer kann es ändern? Nur du selbst. Also hör auf damit. Während einer meiner spirituellen Ausbildungen habe ich eine Nacht im Freien verbracht. Und das ist jetzt erst einmal nichts Ungewöhnliches. Wir haben drei Tage lang darauf hingearbeitet. Ziel dieses sogenannten Sitting Out war es, eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Drei Tage lang habe ich mich damit beschäftigt, mit welcher Frage ich nach draußen gehen wollte, um dort eine Antwort auf sie zu bekommen. Bei mir war es am Ende die Frage, wie höre ich auf, mich selbst zu belügen? Ich hatte es satt, Entscheidungen zu treffen, um sie dann doch nicht umzusetzen, wie zum Beispiel weniger Süßigkeiten zu essen, nur um mir dann beim nächsten Mal selbst eine Geschichte zu erzählen, warum ich diesen Schokoriegel jetzt doch unbedingt essen sollte. Das war so einer dieser Momente, in denen ich merkte, dass ich mich selbst belog. Und dass ein Konflikt in mir entbrannte. Und das wollte ich nicht mehr. Es war anstrengend. Es fühlte sich nicht gut an. Es führte nur dazu, dass ich noch mehr Schokoriegel aß, die ich ja eigentlich gar nicht essen wollte. Oder doch? Ich war verwirrt. Und ich wollte Klarheit. Ich wollte aufhören, mir selbst etwas vorzumachen. Aber wie? Das war also meine Frage für das Sitting Out. Gegen 22 Uhr brachte mich mein Helfer an meinen Kraftort. Schaute, dass ich es dort gemütlich hatte und alles soweit in Ordnung war. Dann ließ er mich wie vereinbart alleine zurück. Ohne Uhr, ohne Handy oder sonstige Hilfsmittel. Nur ich, eine Thermoskanne mit Tee, eine Decke, ein Notizbuch, meine Rasseln und das Wissen, dass ich am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder abgeholt werden würde. Ja, und so saß ich auf der Insel Lesbos unter einer wunderschönen alten Eiche. Fernab von dem nächsten bewohnten Haus. An wen ich meine Frage richtete, war mir überlassen. An mich selbst. An die Geister, mein Krafttier, das Universum. Je nachdem, an was ich glaube. Ich machte es mir also gemütlich und genoss die Sternenlandschaft am Himmel. Und wartete so vor mich hin. In der Annahme, dass die Antwort bestimmt schon sehr bald zu mir kommen würde. Und es geschahen zwar ein paar merkwürdige Dinge, doch nichts, was für mich eine Antwort darstellte. Boah, mir wurde langweilig. Ich wurde müde und mir wurde kalt. Ey, was soll das denn, dachte ich mir. Was mache ich hier für einen Scheiß? Ich könnte jetzt gemütlich in meinem weichen, warmen Bett liegen. Stattdessen sitze ich hier auf dem harten Boden und warte auf ein Wunder, dass das nicht eintreten wird. Ey, ich wurde wütend. Es war sehr wütend. Auf mich, auf das Leben, auf alles. Wieder einmal. Wie so oft in meinem Leben. Und mit Wut konnte ich nicht umgehen. Ich habe sie immer runtergeschluckt. Wut kommt mir nicht in mein Haus, denn sie führt zu nichts, außer zu Schmerz und Leid. So waren zumindest damals meine Gedanken. Doch die Wut war da. Und sie wurde stärker. Ich wollte schreien, um diesen Druck in meinem Bauch, in meinem Hals loszuwerden, um mir einfach mal diese ganze Scheiße aus der Seele zu schreien. Doch ich konnte es nicht. Ich traute es mich nicht. Was ist, wenn mich jetzt jemand hört? Hier so mitten in der Nacht, irgendwo in der Pampa. Ich könnte jemanden erschrecken oder sogar zu mir locken. Es würde jemand kommen und mich hier sehen. Und dann müsste ich mich erklären. Und ja, dann könnte ich ja Ärger bekommen. Was hatte ich alles für Gedanken, die mich davon abhielten, einfach mal laut zu schreien. Und dass ich mich nicht traute, zu schreien, machte mich noch wütender. Ey, das kann doch nicht sein. Ich saß am Ende der Welt, weit und breit, kein Mensch. Und ich traute mich nicht zu steigen, zu schreien. Verzweiflung stieg in mir auf. Und sie wurde immer größer. Ich wollte es unbedingt schreien, den Druck loswerden, meinen Wut Ausdruck verleihen. Und dann kam die Antwort. Tu es einfach, sagte die Stimme mir. Und sie wiederholte es. Tu es einfach. Und ich schrie. Boah, welch Erlösung. Und mir wurde sofort klar, dass dies auch die Antwort auf meine Ausgangsfrage war. Wie höre ich auf, mich selbst zu belügen? Tu es einfach. Ich könnte auch sagen, hör einfach auf damit. Es gibt nichts, was du erst erreichen, tun, sehen, können musst, um damit aufzuhören. Tu es oder tu es nicht. Du willst es nicht mehr? Dann hör auf damit. Es ist dein Wille. Deine Entscheidung. Niemand kann und wird dir diese Entscheidung abnehmen. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Wenn ich in mir eine unwahre Geschichte, wenn in mir eine unwahre Geschichte entsteht, dann bemerke ich das. Erinnere mich an meine Erkenntnis und ich kann mich an meine Wahlmöglichkeit erinnern. So einfach. Übung. Schau dir den Stop-It-Clip auf YouTube an. Am besten mehrfach. Es lohnt sich. Erinnere dich wieder daran, wenn du beim nächsten Mal meinst, Opfer von irgendwelchen Umständen von anderen Menschen oder deiner selbst zu sein. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, was? Nee, so einfach kann das nicht sein. Einfach nur eine Entscheidung treffen und einfach damit aufhören. Meine Erfahrung ist, es gibt genau diesen Moment. Und das kann eine Mikrosekunde sein. Aber es gibt ja genau immer wieder diesen einen Moment, wo ich vielleicht so kurz innehalte oder kurz innehalten kann, weil es den Moment der Entscheidung gibt. Das ist wie, wenn du im Supermarkt stehst und dich zwischen zwei Produkten nicht entscheiden kannst. Und dann ist ja dieser Impuls da, nehme ich dieses oder jenes. Oder kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Und das ist genau der Moment, den du im Grunde genommen immer hast. Der Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Rauche ich diese Zigarette jetzt noch? Esse ich dieses Schokobonbon? Trinke ich dieses Glas Wein? Und es läuft so viel automatisch ab. Unbewusst oder unterbewusst. Das hat seinen Grund. Es ist ja auch gut so, dass wir diese Dinge unterbewusst und unterbewusst tun können. Wie würde es aussehen, wenn wir irgendwo laufen oder gehen, wenn wir das nicht automatisiert hätten? Das wäre, glaube ich, ziemlich anstrengend. Deswegen, ich wiederhole mich, ist es gut, dass wir diese Automatismen haben. Das heißt, irgendwann hat es dir geholfen, zu trinken, zu rauchen, Süßigkeiten zu essen. Das ist ja nach wie vor mein Thema. Ich esse einfach gerne und durchaus auch viel Süßigkeiten. Und dann gibt es auch immer mehr den Moment, wo ich merke, dass es mir nicht mehr gut tut. Aber es hat mir mal gut getan. Es hat mir geholfen, das zu tun und das zu essen. So, jetzt verwurschtle ich mich gerade so ein bisschen da drin. Also wieder sortieren. Es war mal gut so. Und es ist auch nichts Verkehrtes dran. Doch erinnere dich daran und bemerke immer mehr, dass es diesen Moment der Entscheidung gibt. Und es kann sein, dass dein Körper sagt, unbedingt. Dass die Gedanken sagen, unbedingt. Wir müssen das tun. Und vielleicht lernst du immer mehr, diese Impulse ein bisschen zu kontrollieren. Aber nicht, weil sie böse oder verkehrt sind. Sondern weil es sein könnte, dass du eben neue Entscheidungen treffen möchtest. Und das ist eine Frage der Übung, der Kontrolle, der Hingabe. Ach, da kommt so viel zusammen. Doch jetzt kommen wir erst mal zum Ende der Sendung. Und ich lunze hier auf mein Buch. Und ich glaube, nächstes Mal kommen wir durch. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich danke für dein Zuhören. Und wenn du Lust hast, heute Abend gibt es wieder einen Stammtisch, den Lebensimpulse-Stammtisch in Wiesbaden, im Café del Sol um 19 Uhr. Und wir werden aller, aller spätestens um 20 Uhr vor die Tür gehen und auch im Weihnachtsmarkt bummeln und den einen oder anderen Glühwein trinken. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunder, wundervolle Zeit. Wenn du hier wärst, würde ich dich jetzt einfach mal in die Arme nehmen und knuddeln. Ob wir uns kennen oder nicht. Ich freue mich, wenn du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du was für dich mitnimmst oder mitgenommen hast. Und jetzt merke ich, komme ich in den Redefluss und jetzt würde ich gerne einfach noch eine Stunde sagen, nur um dir zu sagen, wie schön das Leben ist, wie schön das Leben sein kann. Und dass es für mich einfach immer wieder darum geht, das Beste daraus zu machen, ganz egal, wie die Umstände sind. Es gab mal eine Zeit, da sah das überhaupt nicht so aus, sondern ganz im Gegenteil. Da war ich mir im Kaputtmachen, vor allem mich. Es geht auch anders. Ich glaube an dich und ich umarme dich. Eine wunderschöne Zeit und bis bald. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de www.marius-schäfer.de www.marius-schäfer.de